So, und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play 4 Cry 3. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Racket-Anführer. Und die beiden hier, die nehmen wir doch nochmal eben mit. Jawohl, sehr schön. So, denn wir sollen uns mit dem unterhalten. Das ist der aktuelle Auftrag, den wir haben. Dann gucken wir doch mal, was dabei so rumkommt. So, stopp. Genau, den Rest, den geben wir eben zu Fuß. So, auf geht's. Ah ja, in der Kirche. Ja, da gucken wir doch mal rein. Hallo? Ja, ja. Okay. Lauf, 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 lauf. So, zack. Ja, ich platziere es doch. Der Kondor ist unterwegs. Eingehender Anruf, oh Mann. Ausgerechnet jetzt. Ich habe zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst auch zurück, oder? Ja. Ja, bis bald. Tschüss. Die verstehen das nicht. Ich habe halt noch ein paar Sachen zu erledigen vorher. So, oh komm, jetzt geh doch rauf da. Oh. Wir haben nur noch 20 Sekunden. Komm, komm, komm. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Ah, da kommt der Konvoi. Ja, mach das. Wie sind denn die dann? Ah. Ich soll jetzt von hier oben treffen. Hier kommen noch mehr. Ah. Ah, irgendwen habe ich da erwischt. Ja, komm, geh halt rauf. So, du bist auf jeden Fall tot. Ja, ja. Einfach dir ein bisschen vorhalten, ne? So. Ah. Na komm, geh halt rauf. Gibt's doch nicht. So. Ja, die halten auf jeden Fall mehr aus als normale Gegner. Na komm. Aber warum muss ich auch hier oben sein? Das gibt's doch nicht. Ja, ja. Komm, lad eben nach. Sollte sich halt in aller Ruhe die Waffe dann einfach leer schießen können. Ich bräuchte halt irgendwie ein Scharfschützengewehr oder sowas. Das ist irgendwie sinnvoller. Na komm schon. Ah. Haben wir hier vielleicht den Wunscherfschützengewehr drauf? Wahrscheinlich nicht, oder? Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. Schön, dass mir das mal jemand sagt. Na ja. So. Zack. Zack. Guck mal. Geht doch gleich viel, viel besser. Dann haben wir dich noch. Komm, komm, komm. Bam. Bam. Ah, sind die damit gemeint, oder was? Bam. Okay, ihr seid alle tot. Okay. Dann sollen wir hier runter, oder? Da sollen wir runter. Ich laufe ihm nach. So, runter, 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 runter. Puh. Okay, nachlaufen. Steige in den LKW. Bevor wir was fahren, können wir damit nicht. Wo sind die jetzt lang? Da hinten lang. Okay. So, auf geht's, auf geht's. Ja, ja, natürlich. So. Okay, und jetzt erstmal rein hier. Rein, 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 rein. Okay, erreiche den Konvoi. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, dann mache ich mir keine Sorgen. Es sei denn, uns werden jetzt hier unnötig Steine in den Weg gelegt. Das wäre dann vielleicht noch mal was anderes. Aber bis jetzt... Oh, die verfolgen uns. Oh. Okay, immerhin einer, der tot ist. Eliminiere den restlichen Söldner. Machen wir. Den übrigen Söldner. Ist ja egal. Komm, 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 komm. Scheiße, ich sehe dich, du Drecksack. Du kannst gar nicht. Ich bin hier. So. So, Money einsammeln. Gleiche plundern können wir eigentlich auch mal wieder machen. Jawohl, Cola bleibt da dabei. Sehr schön. So. Dann. Wo steigen wir denn hier ein? Da. Da. Okay. Was ist wieder da? Schön. Hallo. Oh, Scheiße. Gott, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte... Echt, ich dachte, der verarscht mich. So, boom. Abgeknallt. Das Ding ist... Okay. Er hatte recht. Und dann hab ich's plötzlich überall gesehen. Überall waren sie. Diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß... ...wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. ...dachten. Dieses Mal wird's anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid. Aber mir gefällt nicht. Wie? Du mich anklotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Mund? Glaubst du, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Komm gut, Mann. Ich chill, Hermann. Ich beruhige mich. Die Sache ist... Okay? Die Sache ist getötet. ...habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon okay? Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Habe ich dir schon mal gesagt, ...was Wahnsinn ist. Oh, scheiße! Jawohl, sehr schön. So, wir kommen jetzt hier wieder raus. Okay, komm, drücken, drücken, drücken. Schnell, schnell, schnell. Komm schon. Jawohl. Und jetzt wieder rauf, rauf, rauf. Luft holen. Okay. Verschwinden wir von hier. Und er wird denken, dass wir tot sind. Sind wir aber nicht. Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. Folge dem Truck. Hopp, komm. Ah, verdammt. Und eigentlich ein Takedown. Aber daraus wird dann nichts mehr. Ah, Mist, wir sind tot. Okay, ein bisschen zu langsam reagiert. Auf seine Reaktion. Nochmal. So, zack. Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. Okay, wir hatten gerade irgendeinen Grafik-Bug. Hopp. So. Und dich nehmen wir auch noch. Bam. Sehr schön, gucke mal. So, einfach kann's theoretisch sein. Der Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Okay. Äh, wie genau? Nein. Oh Gott, scheiße. Das ist nicht gut. Hopp. Okay, ähm, gut. Da machen wir es anders als angewiesen. Wir, äh, gehen jetzt erstmal ganz kurz hier hoch. Schalten den nochmal aus. Und dann werden wir den Alarm deaktivieren. Und dann... Ah, Mist. So. Habe ich mir anders vorgestellt. Aber, Herrgott. Hopp. Ah. Wir hätten, glaube ich, sogar gerade nochmal einen Takedown machen können. Komm. Deaktivieren. Du sollst doch einfach nur den Alarm deaktivieren. Oh Gott, baby. Das ist das allererste, was wir machen wollen. Und ich hab aus Versehen gegen mein Mikrogefühl gehauen. Na gut. Und wir dürfen es nochmal probieren. Okay. So. Weg dich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. Down mit dir. So. Zack. Scheiße. Glaubt ihn. Hopp. Boah, ich dachte gerade schon. Okay. Ich hab alle meine Waffen verloren. Okay, dann... Gut, das wollte ich eigentlich nicht. Sondern, genau. Zumindest mal irgendwas mitnehmen. So. Der Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Ja. Schauen wir mal eigentlich. Hopp. Ah, Mist. Verdammt. Ich hatte eigentlich... Eigentlich geplant, dass ich da jetzt runterjump und ihn einfach mal so ausschalte. Mit unserer tollen Fähigkeit, die wir gelernt haben. Äh, super. Danke für nichts. Uh. Ja, komm. Bam. Was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Bei euch beide noch. So. Uh. Und wir haben es nicht überlebt. Um uns herum explodiert es einfach. Okay. Und wir dürfen nochmal hier anfangen. Na gut. Hopp. So, beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Hopp. Und komm. Hopp. Ja, ja. Wir töten von deinem Weißbrot. Wir töten von deinem Weißbrot. Genau. So. Und die sind aus irgendwelchen Gründen alarmiert? Okay. Meinst du? Sicher? Glaube schon. Hopp. Hopp. Kommt. Takedown. Genau. Zack. Heilen. Ist jetzt gerade erstmal das Wichtigste. Uh. So. Und dann. Nehmen wir jetzt mal ein RPG. Damit können wir dann unter anderem die Dichter ausschalten. So. Dann nehmen wir euch da auch nochmal mit. Oh. Das könnte das was dann, oder? Na komm. Geh halt drauf. Das gibt's doch nicht. Uh. Okay. Und runter. Komm. Komm. Und jetzt. Wollte gerade sagen. Jetzt hol endlich mal die Waffe raus. Ah. Und dann war es wieder zu spät. Okay. So. Komm. Alle guten Dinge sind wie viel? Vier? Hopp. So. Was hast du denn für eine Waffe? Fangen wir mal damit an. Okay. Du hast die. Sprint, 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 Sprint. Und drauf. Und komm. Genau. Es ist Jason. Hast du gut erkannt. So. Okay. Möglich. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Genau. Hauptsache wir werden nicht entdeckt. So. Sollte ein Gebüsch. Genau. Eigentlich nicht der Fall sein. So. 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 Okay. Pischen wir uns weiter vor. Der hat uns noch nicht gesehen. So. Können wir denn jetzt hier raufklettern? Scheiße. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Und jetzt wieder runter. Hopp. Komm. Weg, weg, weg. Hopp. Bam. Genau. Hauptsache ist erstmal, dass er den Alarm nicht auslösen kann. Und wie auch immer der das jetzt gemacht hat. Ja. Ja, ja. So. Wo kommen die Hunde her? So. Genau. Abends wasser mit dir. So. Hallo Freunde. Komm. Lauf, 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 lauf. Genau. Erstmal weg. Heilen. So können wir hier. Ja, ja. Okay, komm. Können wir. Genau. Auf da. Okay. Okay. Äh. Hat den das auch erledigt? Ich glaube sogar schon. Oh, verdammt. Okay. Komm. Rauf, rauf, rauf. Und dann. Ja. Na komm. Genau. Ich brauch seine Waffe. So. Okay. Haben wir euch. Dann gehen wir jetzt rüber. Und dann sind wir jetzt schon mal weiter. Als wir den vorherigen versuchen. Der Heli. Ja. Keine Zeit verlieren. Na komm, jetzt geh halt drauf. Na komm, jetzt geh halt drauf. So. Haben wir dich. Okay. Ja. Schön, dass ich es jetzt nicht schieße. Das ist auch hervorragend. Jetzt haben wir dich. Okay. Oh. Na komm. Na komm, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ja. Komm. Rauf da. Rauf, 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 rauf. So. Erstmal heilen. Das ist das Wichtigste. So. Zweieinhalb Minuten haben wir noch. Okay. Dann gehöre ich jetzt mal hier. auf ihn. Zack. Heilen. Uh. Zack. Komm, komm, komm. Das glaube ich nicht. Junge. So. Jetzt haben wir dich. Okay. Okay. Hebe ab. Okay, okay. Bring uns hoch. Los, los. Ah. Nein, 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 nein. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Ah. 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 Habe ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Okay, wir wurden erschossen. Okay, wir wurden erschossen. Okay, lecker. Lauter Leichenteile, wo auch immer wir hier gerade sind. Okay, komm. Hop, 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 hop! Okay, Kriegerrettungsdienst haben, wa? Fuck! Er ist von den Toten zurück! Offensichtlich sind wir das. Dennis! Listen! Dennis! Wie ist das möglich? Das Böck ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Es war mir eine Show für heut. Ich bin längst noch nicht tot. Sag, Sidra, ich komme. Okay, ich sag's dir sofort! Ich muss den Zeug von den Piraten zurückholen. Oh, jetzt sind wir weg hier. Uh, dieser komische Fugturm da, den haben wir. Uh, den haben wir noch gar nicht. Den haben wir noch gar nicht befreit. Aber ich würde sagen, das machen wir dann morgen in der nächsten Folge. Wir sind für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao! Ciao!